Das Bären-Ranken-Muster hat einen Mustersatz von 10 Reihen. Zuerst stricken Sie eine Basisreihe auf der linken Seite wie folgt. 6 Maschen rechts, 9 Maschen links, 5 Maschen rechts, 9 Maschen links, 6 Maschen rechts. Dann beginnen Sie mit dem Muster. In der ersten Reihe, auf der rechten Seite, stricken Sie 6 Maschen links, 4 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen, 3 Maschen rechts, 1 Umschlag, 5 Maschen links, 1 Umschlag, 5 Maschen links, 3 Maschen rechts, 1 Maschen rechts, 1 Masche abheben, 1 Masche rechts und die abgehobene Masche überziehen, 4 Maschen rechts, 6 Maschen links. In der zweiten und jeder geraden Reihe auf der linken Seite, stricken Sie 6 Maschen rechts, 5 Maschen rechts, 9 Maschen links, 5 Maschen rechts, 9 Maschen links, 6 Maschen rechts. In der dritten Reihe, stricken Sie 6 Maschen links, 3 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen, 3 Maschen rechts, 1 Maschen links, ein Umschlag, eine Masche rechts, 2 Maschen links, dann arbeiten Sie die erste Noppe wie folgt. In die nächste Masche stricken Sie eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. Die Arbeit wenden, 5 Maschen rechts, 5 Maschen rechts, dann die vierte, dritte, zweite und erste Masche nacheinander über die fünfte Masche heben und von der Nadel gleiten lassen. Stricken Sie dann weiter, 2 Maschen links, eine Masche rechts, 1 Masche rechts, ein Umschlag, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, eine Masche rechts und die abgehobene Masche überziehen, 3 Maschen rechts, 6 Maschen links. In der fünften Reihe stricken Sie 6 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen, 3 Maschen rechts, ein Umschlag, und drei Maschen links. Zwei Maschen rechts, zwei Maschen rechts, 5 Maschen links, zwei Maschen rechts, zwei Maschen rechts, Ein Umschlag, drei Maschen rechts, eine Masche abheben, eine Masche rechts und die abgehobene Masche überziehen, zwei Maschen rechts, sechs Maschen links. In der siebten Reihe stricken Sie sechs Maschen links, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammen, drei Maschen rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts, drei Maschen rechts, eine Masche links, zwei Mal, eine Noppe, eine Masche links. Drei Maschen rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts. Eine Masche abheben, eine Masche rechts und die abgehobene Masche überziehen, eine Masche rechts, sechs Maschen links. In der neunten Reihe stricken Sie sechs Maschen links, zwei Maschen rechts zusammen, drei Maschen rechts, ein Umschlag, vier Maschen rechts, fünf Maschen links, vier Maschen rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts, drei Maschen rechts, drei Maschen rechts, drei Maschen rechts, eine Masche abheben, eine Masche rechts und die abgehobene Masche überziehen, sechs Maschen links. Die zehnte Reihe stricken Sie wie die zweite Reihe. Diese zehn Reihen bilden den Mustersatz, den Sie stets wiederholen. Die zirn- in die letzte Reihe. Die zirn- in die letzte Reihe. Die zirn- in die Zehnte Reihe. Die zirn- in die Zehnte Reihe.